Wie geht's los? Nicht... Nicht... Mach es klein! Wenn du es so sagst, klingt es schuldig. Woah! Geh es einfach! Ich wusste nicht, dass du so entgegen bist. Du machst es wieder! Bin ich mal gespannt, was Graham Cracker dazu sagen wird. Hallo! Wenn du nur zuhörst... Nein! Keine mehr zuhören! Keine mehr zuhören! Wir verlieren die Leute, links und rechts! Wir müssen agieren! Enough, Zora! Ich lasse nicht die Torche zu innocenten Menschen! Willst du die Bordes, Kruisers und Schäden auf uns bringen? Kapitän, Entschuldigung, aber unsere Situation wird schwerer. Unsere Leute sprechen über... ...fuhlische Erlebnisse. Welche Nachrichten bringst du? Wir müssen die Zeit weg. Wir brauchen Essen und Schäden. Wir brauchen die Steller-Böse, während wir noch die Macht haben, um es zu tun zu tun. um es zu tun zu tun. Wir brauchen die Steller-Böse, ich weiß, dass es drastisch ist, aber... ist klar, dass Sandjahr niemals aufstehen. Und wenn es ihn oder wir sind, ich wähle, wir sind. Slowdown? Es ist. Wir sind zufrieden. Wir sterben. Meine Leute sterben, links und rechts. Schade. Aber wir brauchen nicht viel. Und Sandjahr nicht, zu verhören. Es ist. Wir sind. Excellent. Glw. Ja. Ja. Piank? Wir sind ein Schritt näher um die Wahrheit zu bringen, um alle Menschen, Frau und Kind. In Halcyon. Hat er halb die Fresse? Graham Cracker. Hm, das glaube ich. Ich glaube, das Word wird mir bloß nicht so sehr gefallen, weil das Word wird nicht Bird sein. Ach komm, der musste. Wo will sie mich denn treffen? Da ist die Klinik? Ne, das ist gerade mit Devilspeak. Wir haben gerade eine andere Aufgabe jetzt. Äh. Finde feine Klagen für Parvati. Naja. Äh, das müsste ja hier irgendwo sein. Warte, was ist da? Das sieht doch sehr danach aus. Will ich jetzt vielleicht ein bisschen dauern, bis hier hingelaufen ist. Können wir ein bisschen rumballern. Zora Blackwood. Was sagt mir gerade Blackwood? Also Blackwood ist natürlich ein Name, der häufig genutzt wird als Klopapier in Deutschland. Das stimmt. Aber irgendwie... 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 Wir waren. Ich will. Irgendwie. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Es ist locker, aber einer meiner Leute gefunden hat eine alte Datenkarte in einem Rathnest. Es ist meistens korrupte, aber ich habe ein paar Kode aus dem. Ein ist der Kode nach dem Amber Heights Gate. Ich weiß nicht den anderen, aber es ist ähnlich. Ich glaube, es öffnet eine Tür. Genau, die Kode zu Amber Heights. Was mich erinnert, ist, wenn das die Piraten gehört, das bedeutet, dass sie jemanden da sind. Wenn jemand ihnen den Kode aus dem Kode... All diese Deaths, Captain. All das Blut ist auf ihre Hand. Ja. Nur eine Warnung. Die Umgebung ist mit Mantisaurern infestiert. Ich werde ihnen Hilfe senden, aber wir sind, du weißt, vorbereiten für Krieg. Verstehe ich. Hier ist der Kode. Wenn es funktioniert, bringe alles zurück, was du findest. Verpackungen sind das beste, aber die Information ist auch gut. Wenn jemand hinter dem Amber Heights Massaker war, gibt es viele Menschen hier eine Komponente, um zu finden, wer sie und sie aufzuhören. Good luck. Watch out for the Tarots. Ich weiß, dass wir in der Stadt auch noch ein Tor in die Unterwelt gefunden haben, wo wir nie reingegangen sind. Das wäre halt potenziell auch noch mal interessant. Ach, mir ist nicht, dass wir hier nicht rüberkommen. Heißt, der nächste Punkt wäre der oder der. Habe ich beide keinen Bock drauf. Wir kriegen das hin. Wir müssen nur fest daran glauben. Da ist eine unsichtbare Wand. Ihr könnt mich mal. Ja, komm, mach mal so. Eklig. So, wir wollen nach Durden. Heißt, wir laufen. Oh, hey there. Thanks again for getting me away from those Marauders. Oh, last time I was in the city. Sondra was singing your praises about a bolt something or rather. Suppose that warrants a discount. You wanna buy something? Okay. Äh, was ist denn das hier unten? Einen Gyroscope-Listerrohr verstärkt. Einen Helm, der einfach nur Rüstung hat. Leichtsverteidigungs-Hältigkeit hat neun. Äh. Geil ist das alles nicht. Laminiert. Hm. Danke. Da hab ich dich gerettet. Außenposten-Zugang. Fuck this shit I'm not. Ach. Greil. Reißen wir halt einfach ein bisschen durch die Briege. Ich glaube, das ist gerade erst die dritte Folge, die ich heute aufnehme. Ich würde schon ganz gerne sieben. Warum sind denn alle Gegner wieder da? Damit ich erst mal wieder ein bisschen Freilauf habe und mich auf andere Sachen konzentrieren kann. Habe ich mich gerade erschrocken, weil ich selber die Tür zugemacht habe. Ich bin echt genial. Sublight-Schläger. Hemlocks Augenklappe. Hemmelocke. War Hemlock irgendwer, den wir schon kennen? Adrien. Kehre zu Zora zurück. Danke. Danke. Oh noch was. Nachrichten. All. Äh, okay. 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 Heißt, wir sollen zurück. Moment. So. Also zurück nach Fallbrook zu Zora. Zora. Na 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 Zora. Warte. 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 Bin voll falsch hier. Zu den Ember Heights will ich. So, Zora. Meine geile kleine Schnecke. Die sah dir ja nicht aus. Sah die gut aus? Hm. Ist nicht zu meins. Willkommen zurück. Hast du was da gefunden? Ja. Let's see. These are old. Looks like Korrespondences between the Pirates. Some bits here. Some bits here. Some... Wait. This... This one's got the Ember Heights Gatecode on it. Just like the one I found earlier. And here's... A letter. Wait. This is from Graham. Jetzt steht Graham hinter uns. Oh, Valda. Captain. He gave them the Gatecodes. And their families? And all the hired help? I know he's got his head in the clouds, but... I always believed there was a core of good there. What the hell happened to live and let live? Graham. Thank you for bringing this back, but I need some time. I gotta think. I'll let you know if I think you're something out. Go take a walk, Captain. I'll find you once my head's off. Ey, ich weiß, was sie tun. Schnipp, schnapp Graham ab. So, einmal zum Devil's Peak. Einmal zum Devil's Peak. So. Okay. Anregen wir jetzt mal mit Mopsy. Mopsy, wo bist du denn? Heeeh! Do you hear that? It's the blessed sound of radio silence. Which leads me to believe you have sweet sweet news for me. Neuigkeiten heißt man Schuke MSI und die Ikono Cluster aufgehört zu senden die Datenbereit Yes, indeed I am back in business But before we get down to it Might I ask how you handled the problem In the end Come on, do you really want to get invested in the details We finished the job Hmm, is that so? Oh, I believe it will But the price I pay won't be to you No, we have a bigger deal to settle I don't doubt that you are working with Phineas But my contract specifies I relay any acquired information to the purchaser And to the purchaser alone However, to send the data I will need your assistance In cycling the antennas receiver So I can input the needed adjustments Phineas traut nur wenigen Menschen Wie kommt es, dass er mit dir arbeitet? Na gut, sag mir einfach, wie ich ihn repariere Ich werde, ich kann wieder eine ganze Liste, von dem ich ihn aufkann, noch ein bisschen vermissen, etwas Ach, don't be ridiculous We're resetting a broadcast tower Not filing taxes There are no errands, spreadsheets or rituals involved It's simple, truly I merely need you to waltz outside And throw the lever to cycle the power I'll key in the numerical adjustments from here Terrific I'll be here Waiting with baited breath Give a shout at the panel electric Mach ich Faxes, shit, I'm out Went first High society High society Und dann eben zwei joints Oder was Wotwitz Hello Testing, one, two, check, check Sweet stars But that is a beautiful sound Can you hear me? We are a go for broadcast Oh, and I also dispatched Phineas his data Impatient prick Worse I'm now indebted to him for it Now I'll kindly thank you to get out of my tower There's no need to assert your dominance I doubt I could make you do anything you don't wish to Look, I am well aware that at times I may have the tiniest iota for prickly exterior But I must admit I have grown rather fond of you Take care out there Captain Big flaming thingy What? Black holes Did you see that? Nein Look, there's not enough room in this tower for two sarcastic hull heads So one of us has to knock it off Right I reckon we both know who that'll fall to Oh, well, a pity for the crew But I can't see how it affects me Hiram? Can you hear me? Did you see that? Architects saved me from swimmers and fools Sanjar What are you bloody doing on my channel? Did MSI or did MSI not cease broadcasting? Yes, but Hiram Hiram, are you there? No, without a physical contact waiver Ah, the good captain The truth brings us together once more Our salvation has come crashing through the stratosphere We need only collectible weapons Are you mad? That's a UDL gun ship You'd probably shoot your own toes off Do you see that? No, I don't think so I thought I would just talk about the I'm going to talk about this And I can do a cut But somehow it's just a very merkwürdig amount of damage I think so I know Nein, das ist nicht wirklich. Du sollst so, wie ich es sage. Geh raus, während du noch eine Schreie verletzt hast. Wir könnten die Schreiebe-Armungen nutzen, um die Stellar Bay zu schützen. Aber wir brauchen ihre Schreiebe-Module. Unsere Message ist so nah an, die frei von diesem Planeten zu verbreiten und zu den Sternen zu verbreiten. Hilf uns, diese Anstrengung zu schützen. Hör uns, diese Anstrengung zu schützen. Hör mir, ich will nicht nur, was du machst, so lange, dass du mich davon auslust. Das bedeutet, geh weg, mein Boyd-Damn-Channel! Leer-Dampen-Frequenz, Boyd-Damn-Channel! Also, es war gerade nicht unbedingt falsch übersetzt. Sprich mit Phineas. Warte. Achso. Okay, nee, alles gut. Ähm. An der Stelle setzen wir erstmal einen Cut. Entschuldig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Haut rein. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Musik